Karl Theodor und Stefanie zu Guttenberg haben sich bereits vor einigen Monaten getrennt, wie nun bekannt wurde. In der Öffentlichkeit haben sie sich zuletzt im Mai dieses Jahres gezeigt, Anzeichen der zerbrochenen Ehe habe es damals schon gegeben. Am 15. September 2023 wurde publik, dass Karl Theodor, 51, und Stefanie zu Guttenberg, 46, nach 23 Ehejahren ihre Beziehung beendet haben. Das bestätigte Christian Scherz, Rechtsanwalt des Paares, gegenüber der deutschen Presseagentur und teilte mit, dass die Trennung bereits einige Monate zurückliegt. Ja, es ist richtig, das Paar hat sich bereits im vergangenen Winter in bestem Einvernehmen getrennt. Sie werden auch weiterhin in großer Freundschaft eng miteinander verbunden bleiben, so der Jurist. Bei der Hochzeit von Ludwig, Prinz von Bayern, 41, im Mai dieses Jahres haben sich die Guttenbergs zuletzt gemeinsam in der Öffentlichkeit gezeigt. Damals waren sie schon heimlich getrennt und vermieden daher Körperkontakt. Hier zeigten Karl Theodor und Stefanie zu Guttenberg bereits das Ende ihrer Liebe. Nachdem sie sich bei einer privaten Zeremonie bereits das Ja-Wort gegeben hatten, haben Ludwig, Prinz von Bayern, und Sophie Alexandra Eweking am 20. Mai 2023 in der Theatiner Kirche in München noch einmal geheiratet. Bei ihrer großen Hochzeitsfeier waren zahlreiche Gäste geladen. Darunter auch die Guttenbergs. Der ehemalige Verteidigungsminister und seine noch Ehefrau posierten gemeinsam, lächelten für die Kameras. Doch bei genauerer Betrachtung der Hochzeitsfotos fällt auf, dass die beiden auf zärtliche Gesten verzichten. Körpersprache-Experte Thorsten Havener hat sich gegenüber Bild nun zu dem Auftritt des Ex-Paares geäußert. Körpersprache-Experte Thorsten Havener hat sich bei der Gesten geäußert. Untertitelung des ZDF, 2020